Kriminell Vergewaltiger oder potenziell zukünftige Vergewaltiger sind Flüchtlinge, zu ca. 98%. Wir sind ehrlich. Hirn war wohl alle, deshalb das Kopftuch. Wir sind tolerant. Frauenfußball ist wie Pferderennen, mit Eseln. Wir sind Frauen. Asylanten sind nicht das Problem, Männer sind es. Wir sind Männer. Du bist, lebst und fühlst nicht deutsch. Deine Aussage ist Bullshit. Wir sind Deutsche. Schick deine muslimischen Brüder in die Wüste, wo sie hingehören. Wir sind Ausländer. Es gibt kein Menschenrecht auf Zuwanderung, es gibt jedoch ein Menschenrecht auf Heimat. Wir sind Menschen. Fick dich, Schlampe. Wir sind YouTuber gegen Hass. 1. bis 5. Februar auf YouTube. Schick dich, 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 Schick